einen wunderschönen guten tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von jurassic labyrinth ja beim letzten mal hat sich der strutium imus den ersten platz gesichert und heute ist der indominus rex dran viele von euch sind sicherlich sehr gespannt wer der indominus rex sein darf und das werden wir jetzt auch gleich erfahren ich werde ihn jetzt frei lassen und dann verrate ich euch wer der indominus rex sein wird aber erstmal schauen wir hier wie aus dem tor kommt ist schon krasser dinosaurier also bin sehr gespannt wie er sich im labyrinth schlagen wird weil ich denke mal erst sehr sehr intelligent und allzu langsam sollte er auch nicht sein und der indominus rex wird sein kara battle mit dem kommentar darf ich bitte der indominus rex sein erst mein liebling hashtag glocke aktiv hashtag abo hashtag like ist da ja damit bist du der indominus rex herzlichen glückwunsch auf jeden fall und ich bin dann hier natürlich um bevor ich es wieder vergesse kara unterstrich bettel ich hoffe ich habe es richtig geschrieben ja habe ich und ich bringe euch dann zurück sobald der indominus rex dann sich sack gefressen hat und genug getrunken hat und dann im labyrinth landet bis gleich der indominus rex wird jetzt hier eingeflogen landet jetzt gleich und dann geht es auch schon los für ihn wir können nur hoffen dass er jetzt gleich möglichst lange hier im eingangsbereich bleibt damit das essen also die nahrung und das trinken möglichst weit nach unten sinken damit er einen höheren anreiz hat ins ziel zu kommen aber ihr seht schon die geborenheit ist bei 81 prozent und geht weiter runter das liegt daran dass er natürlich voll unzufrieden ist hier mit seinem gehege aber ich würde sagen ich bringe euch zurück sobald er dann hier sich ins labyrinth wagt so es ist soweit er geht jetzt richtung labyrinth eingang und ihr wisst bescheid leute die zeit startet sobald er mit dem gesamten körper das heißt meistens die schwanz spitze über den labyrinth eingang ist und das ist jetzt der fall die zeit startet und damit geht der run für den indominus rex los und er geht hier erst mal direkt in die falsche richtung in eine sackgasse das ist ganz und gar nicht gut wir können jetzt hier nur hoffen dass der indominus rex hier umdreht damit der liebe karar eine gute zeit erzielen kann aber ich werde mal den zeitraffer aktivieren auf jeden fall und dann schauen wir mal wie lange sich hier dann aufhalten wird in der sackgasse okay leute ihr seht schon die zeit läuft und läuft und läuft wir haben jetzt hier gleich schon fast eine minute rum also das ist hier wirklich zeitverschwendung pur er geht jetzt hier noch tiefer in die sackgasse hinein irrt herum schaut mit dem kopf schon förmlich durch die wand aber hier geht wirklich wirklich viel kostbare zeit drauf wir können jetzt nur hoffen dass er hier umdreht er geht jetzt auf jeden fall wieder richtung richtige richtung wir schauen mal kurz hier vorbei bei ihm und ihr seht schon ja er steht hier rum atmet laut essen trinken ist aber schon ein stückchen runter gegangen also es könnte sein dass er jetzt gleich loslegt ich hoffe es mal für dich lieber karar aber ich mache jetzt auf jeden fall den zeitraffer mal wieder an zoom hier mal wieder raus und dann hoffen wir mal dass er sich jetzt hier entscheidet richtung ausgang zu gehen aber wie ihr seht entscheidet er sich hier komplett falsch er geht wieder zurück in den eingangsbereich die zeit startet aber jetzt nicht neu leute also die zeit läuft hier gnadenlos weiter das ist jetzt das war's jetzt komplett mit dem indominus rex also wirklich drei minuten rum und er ist wieder im eingangsbereich angekommen also er ist hier völlig verwirrt leute und jetzt bewegt dass ich hoffentlich wieder richtung labyrinth ja das tut er hat jetzt auch sehr viel zeit verstände vier minuten rum und es geht jetzt sozusagen wieder von vorne los aber diesmal läuft er nicht in die sackgasse das ist schon mal sehr sehr gut er läuft hier auf jeden fall in die richtige richtung wir können jetzt auf jeden fall die daumen drücken dass er sich jetzt hier nicht noch mal verirrt oder gar umdreht und noch mal in den eingangsbereich zurück will wir spulen hier auf jeden fall noch mal ein bisschen vor und ihr seht er bleibt zwar ab und zu stehen aber er ist jetzt wirklich sehr sehr zielstrebig in richtung ausgang unterwegs und hat jetzt hier auch gleich die hälfte des labyrinths hinter sich gebracht hat er jetzt schon nach fünf minuten ist jetzt nicht die beste zeit aber das kommt halt weil er am anfang so viel verschwendet hat aber er geht jetzt hier wirklich fehlerlos durch das labyrinth hätte er das mal gleich von anfang an gemacht dann wäre das hier wieder eine top zeit gewesen aber sehr sehr schade für dich lieber kara wir schauen uns jetzt natürlich die letzten meter auf jeden fall noch mal in echtzeit an er läuft jetzt hier schon richtung ausgang die zeit sollte jetzt hier gleich stoppen mit etwas über sechs minuten was nun wirklich keine bombenzeit mehr ist aber das ist nun mal so er bleibt jetzt hier auch leider noch mal stehen das machen ja viele leider und die zeit stoppt jetzt und damit stoppt die zeit bei sechs minuten 26 sekunden und 26 hundertstel und das ist nun wirklich keine top zeit mehr leider lieber kadar aber trotzdem vielen vielen dank dass du hier mitgemacht hast und du darfst dich natürlich jetzt hier auch einmal schön voll futtern und voll trinken und jetzt wird es ja normalerweise zu der nächsten dinosaurierverlosung gehen aber mir schwirrt da gerade noch was im kopf rum ich würde gerne mal wissen das machen wir jetzt gleich mal ganz schnell im zeitraffer welche zeit der indominus rex erzielt hätte wenn die zeit erst beim zweiten mal gestartet wäre wo er dann das labyrinth betreten hat und das schauen wir uns jetzt mal ganz schnell so es geht jetzt hier los wir starten jetzt ab dem zweiten mal wo der indominus rex das labyrinth betreten hat und wir sind hier in mega zeitraffer also ich will hier gar nicht groß zeit schinden wir wollen das nur einmal kurz angucken welche zeit es gewesen wäre und das wäre auf jeden fall das sieht man jetzt schon eine top zeit gewesen von zwei minuten 25 sekunden und 14 hundertstel das wäre wenn mich nicht alles täuscht platz zwei gewesen also sehr sehr schade dass er hier am anfang so ja verkackt hat aber leute ihr wisst bescheid falls ihr auch mal hier ein dinosaurier übernehmen wollt und hier mitmachen wollt und eventuell auch was gewinnen wollt dann bleibt jetzt auf jeden fall dran wir werden jetzt den nächsten dinosaurier auslosen der hier durch dieses labyrinth muss und ich würde sagen nicht lang schnacken los geht's und damit kommen wir auch schon zum letzten part dieses videos wir werden wieder den nächsten dinosaurier ziehen der durch unser labyrinth darf und das machen wir natürlich wieder mit unserem tollen glücksrad hier zu meiner rechten das werden wir jetzt drehen und dann schauen wir wer der nächste kandidat sein wird und das ist der sehr interessant at montosaurus der ist auf jeden fall sehr sehr schnell zu fuß unterwegs und kann deswegen denke ich auch nur sehr sehr gute zeit hinlegen und falls ihr diesen übernehmen möchte dann müsst ihr einmal hashtag at montosaurus unten in die kommentare schreiben und mit etwas glück könnt ihr dieser dann sein und das war es jetzt auch schon mit dem video leute falls euch das ganze gefallen hat würde ich mich sehr über ein like freuen und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die glocke aktivieren und damit verabschiede ich mich leute vielen vielen dank fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal euer dann die bis zum nächsten mal